So, so, so! Hallo, hallo und willkommen zu Let's Play Mercy Quest Legend! Ja, im Letzibahn! Haben wir Wulturos, Wultulos, Wultulos, Wultulus? Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Turms betreten und ich hab von dieser roten Kiste beendet. Und was ist drin? Trommelwirbel? Die Flammenaura! Oh yeah! Na, das ist jetzt aber wirklich cool. Flammenaura! Aber übrigens, die hab ich im letzten Part einfach überspeedet. Die Constricta, die sind neu. Aber ich möchte die Flammenaura doch bei drei Gegenden am besten zeigen. Ja, die eigensicht perfekt hier. Und zwar ist das schon unser... Unser letzter Zauber, der wir haben. Sehe ich grad mal so. Okay. Cool. Na dann, auf geht's, ne? Das wird jetzt die Verdichtung. Weil der ist übel. So richtig. Da-da-da-da! Na-da-da-da! Flammenaura! Macht Schaden! What the fuck! Okay. Das war böser Schaden. Nein! Oder doch, möchte ich einmal ausprobieren. Wie viel Day der... Auf einen Gegner macht? Jetzt bin ich gespannt. Und zwar... Und zwar... 2000 Schaden! Ja! Ja! Hohohoho! Kann man machen. Nö, ist nicht übertrieben. Nee, wie komm ich drauf? Nee, das ist... So, Max Speed. Ja, wenn... Noch ein Gegner halte, ich hätt meine Eka ein. Ich hätt meine Felsaura machen können. Aber wurscht. Zauber und den Heilzauber gleich hinterher. Nein, das war auch nicht. Die Ladung habe ich eigentlich noch. 12. Okay. So, was bringt eigentlich das hier? Das bringt überhaupt nichts. Ach so, da kann ich... Ah! Boah, ich so viele Wege. Na, das ist nicht normal. Viel zu much. Wege. Wege Fall mit K. Nein, natürlich nicht. Ich brutzle euch alle weg, ihr Eklat. Ach, der hat einen Zaubermann und die haben Zauberkontor. Okay. Die, 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 die. Die, 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 die. Der hat... Der hat... Der hat... Die haben Zauberkontor. Das ist nicht schön. Nein, das ist überhaupt nicht schön. So, gar nicht. Ähm, Haltzauber. Also die Vögel und die Optik-Tricks haben... Zauberkontor. Muss ich mir merken. Tue ich eh nicht, aber egal. So, hier haben wir genug Bomben. Und hier haben wir... Heildränge, wo ich auch gleich mal wieder einsetzen könnte. Ich kann hier schon wieder erblindet. Aber sonst bringt der Weg hier oben gar nichts. Na gut, da ist noch eine... Truhe. Eine Truhe, was? Eine Treppe. Und hier haben wir schon wieder neue Gegner. Und zwar sind das... Na? Luzifer, okay. Dam, 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 dam. Ich probiere mal den Luftnummer aus. Da, 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 da. Was ist jetzt, ob sie auch irgendeine... Ist anfällig? Okay. Hey, hier sind anscheinend viele Gegner anfällig gegen Luft. Finde ich interessant. So, Töte. Dankeschön. Das ist übrigens noch eine rote Truhe. What the fuck? Wie viel ohne Ton gibt's hier? Nein, ich wollte... Ah, egal. Das machen wir aber auch alles mit. Die... Na, Kampfwaffen. Na, komm. Töten. Und die rote Truhe wird von fünf Gegnern bewacht. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da der hinter ist. So, die Flammenaurer und den Luftflur. Auf geht's. Und der überlebt. What the hell? Okay. Stark. Okay, die haben wieder Magi-Schutz. Na, komm. Töten. Gott. Ah, geradezu überlebt die Kalkalia. So, ich will aber erst ein bisschen, was in der roten Kiste ist. Und zwar ist das Juwelschwert da drin. Oh yeah. Sehr geil. Sehr geil. Damit haben wir alle Waffen übrigens. Und das Juwelschwert hat 217 Angriff. Endlich diese komische Axt nicht mehr benutzt. Die Titanen-Axt. Ja. Oh ja, jetzt wird's toll. Jetzt haben wir ein Schwertchen. Und das macht, glaube ich, Schaden wie sonst was. Wenn ich mich richtig inzude. Dam, 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 dam. 800 Schaden. Ja, nee, ist klar. Haha. Ja, freilich. Oh mein Gott, macht das Schaden. WTF. Und alle sterben auf einmal. Jawohl. Huch. Das wollte ich nicht. Aber ich greife dann trotzdem nochmal mit der Flammenaura an. Und du gleichst mit der Luftflucht an. Mit der Luftflucht. Klar. So muss das heißen. Mit der Luftflucht. Also mein Deutsch manchmal, ne? Das ist schlimm. Unglaublich, aber war unser Held macht mal am meisten Schaden von allen. Mit seiner stärksten Waffe. Hat er es also endlich geschafft, ja? So, wo kamen wir her? Wir kamen von hier. Okay. Dann ist da aber noch eine Tür, Treppe, Wasser rüber. Mit Kraft direkt dahinter. Und hier kann ich mich rüberjuggeln. Und das bringt mir was. Dann bin ich hier. Ich will auch erst mal darunter. Diese Tasche ist verwirrt. Oh, viel zu viele Wege. Das sind schon wieder drei Wege. So, töten, töten. Dankeschön. Lucifers. Ich rotz mir weg. Schade, reicht nicht. Gut, ich gehe halt trotzdem erst da. Ich habe es ja schon verstanden. Ups. Oh Gott, diese Gegnermassen. Schlimm, sowas. Ja, Kalier. Du könntest treffen. Ah, ich wollte doch nicht runter. Mensch. Töten, töten, töten. Dankeschön. So, was haben wir hier? Wir haben hier neue Medusas. Oder die Wiese. Konstrikta. Und euch haue ich wieder Luftflug rein, weil wir haben keine kosmischen Ladung mehr. Das ist schade. Alle tot. Ja, das gleiche machen. Ach nee, da ist ein Magieschützer dabei. Das ist, da ist alles dabei eigentlich, ne? Komm, töten. Töten, töten. Ja, ich bin tot. Ich wurde getötet, ja. Hallo, sterben. Beide Güte. Ich sag da nichts dazu. Hey, noch eine göttliche Ladung haben wir. Cool. Na los. Geht. Sterben. Blark. Es wird eigentlich diese verschiedene Gegnerdruppe. Ist nicht schön. So, mit der Axt soll wir ja das hier betätigen können. Okay. Haben wir, boah, Konstriktor. Ne, Konstriktor. Boah, Konstriktor. Klar. Alter, diese Wege. Diesen Dungeon. Ich kenne mich doch jetzt schon nicht mehr aus. Ist mal angsthaft. Geh zu da schon wieder hin. Ach, da komme ich ganz am Anfang. Okay. Die sind zwei Duh. Mit Kraftdreck und mit Heildrängen. Ja, die sehen sich gleich mal ein, glaube ich. Zack. Und Kraftdreck und Kraft und Kraft und voll. Full Energy quasi. Kann ich da, tu ich zufällig? Nö, das sah schon wieder so aus. Wieso ein Mapping? Äh. Wie heißt's? Verarschung. So, jetzt haben wir den Weg abgeklappert. Das heißt, ich gehe jetzt erst mal dahin. Hier ist wieder, es sind wieder Gegner. Ah, ne, die hatten, äh, die Gänze, ne? Kein Magieschutz. Das heißt, ich greife jetzt mal so an. Zack und zack. Wunderbar. Das gleiche machen wir hier mit dem. Zack und zack. Wups und wups. Schön, so muss das. Und das gleich am besten noch mal. Ach komm, das scheißt doch der Hund drauf. Ich schmeiß jetzt hier mit Magie um mich. Einfach nur, weil ich's kann. So, wups und wups. Zack. Zack. Einfach töten. So, möchtest du das mal viel öfter machen, ne? Fällt mir grad mal so auf. So, geht das doch wunderschön. Ja, wenn's treffen würde. So, geht's aber wirklich schön. Schaut euch das ja. Einfach alles töten. Da komm ich nicht rüber. Na, schade. Bööööö, okay. Eine Ladung hab ich ja noch. Oh, weil ich hab eigentlich noch mehr. Ich hab ja Kaliar auch noch mitteilen. Hab ich jetzt gar nicht gedacht. Aber hier bin ich auf jeden Fall falsch, denk ich. Hier sind noch mehr Gegner. Ach, Kaliar hat auch keine Ladungen mehr. Das heißt, sie wird mal einen Zaubertrank schlürfen. Ja, das tut sie. Und zwar Zaubertrank auf Kalia. Jawoll. So, hier haben wir wieder was zum Aktivieren. Ich bin mal gespannt, was das bringen soll. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Aktivsfix hat anscheinend auch irgendeinen Schutz drin. Das sieht auf jeden Fall aus. Na komm. Halli, ist mal wieder erblindet. Kennt man ja inzwischen, ne? Vielleicht. Zack, zack und wunderbar. Aber noch keinen einzigen Zaubertrank oder so in dem Dungeon, ne? Das ist... äh. Weiß ich, was ich davon halten soll. Das ist nicht schön. Einfach mal das beste Item im Spiel. Es gibt's so selten mal. D, 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 d. Und diese Gruppe nervt mich auch ein bisschen, ne? Muss ich ja mal sagen. Nöööö. Kann ich nicht schön mit Magie angreifen? dafür die umso mehr luftflug und luftflug hey gott noch mehr von euch sagt halt sagt nein das war einer es war doch ein gegner ich bin der blick so hier kann ich was sprengen das werde ich gleich mal und ein gegner macht drei tun okay na jetzt bin ich gespannt also ich würde nur kulderen sagt sagt und zwar heiltrenke und abend rosia und heile kraft und mich sogar mal alles aufnehmen ja überrascht sagt 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 schön der held ist tot übrigens halt den kalt auch wenn ich auch setzen könnte ach komm ich da tue ich kenne mich sowieso schon nicht mehr aus wo wir überall erwarten wo nicht ist nämlich aber so klappt das echt gut damit der doppel luftflug das ist wunderschöner zack also bei dieser gruppe da klappt das nicht weil da ist so zwei mal die blöcke dabei aber jetzt kann ich bin ich glaube ich dir was der fahrstuhl gott durch durch klar durch durch mit ganz viel von das ist das auch ein leuchtturm so hat jetzt unser held so ladungen ja wunderschön da ladungen her so hier haben wir hier waren wir schon mal denke schon ja genau hier waren wir schon mal ok wie confused ich könnte ich noch mal darüber schwingen weil das sehe ich ruhig doch ich war ok hier sind eine menge gegner warum auch immer so zack zack hat die gerade nicht gekonnt hat hat ich nicht in den potter drin die vögel so gut dann sterben die jetzt alle zack zack und zack zack hey aber so läuft das echt gut dass ich schon die ganze zeit machen soll nämlich so hier muss ich mit leider mit der nahe kampfwaffe angreifen habe ich auch kein problem sagt sagt tot so dann machen wir mal wieder den kraftzauber und heilzauber wo geht es denn jetzt weiter sehr gut question ich habe keine ahnung inzwischen schon wieder so viel wird hoppen hey abschuldig du kommst ja wahnsinn sieht hier geht es doch eine etage hoch ganze bellen hier und er hat informiert da jetzt genau eine etage wo man schön homme was sind wir hier genau da oben war nichts mehr da zufälligerweise das noch eine rote zu ruhe habe ich da sehr gute frage diese ruhe keine ahnung da war ich auf jeden fall noch nicht da war ich auch noch nicht okay ich hab's gefunden wo ich doch nicht war sehr schön hier braucht übrigens bald wieder ladungen aber wir haben ja die macht die tränke kein ding sagt sagen alles tut ich hole übrigens aufgestuft das ist toll ich bin ich da oben mit der treppe ich will natürlich sagen warum das ist keine keine ahnung wenn du gar nicht hier vom ist so wie es klar die magie und weg wir euch ich sagte magie und magie tschüss dann haben wir hier noch so ein teil ich habe keine ladung in schöne sache das ist kann die ja moment okay dann kriegt ihr den zauberfläche gewirkt hallo ist mich verarscht ekelhaft naja und ich weiß jetzt nicht ob das schon war ich sehe gerade mal ich habe voll überzogen da gut frei bezahlen für wir dem will to us will to los ich weiß da ist es mir total egal ansprechen wir erst mal sagt das was da mal wieder für eine volk zu bleiben ist die presse legend audio sagt man sieht sie da im nächsten part wieder also bis dann leute